Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind Folge 225 von Aborion. Der Thomas Stehle hatte geschrieben, ich habe natürlich wieder all mein Geld ausgegeben. Wo kann man das sehen? Hier, da oben, irgendwie nur noch 14.000 oder was? Keine Ahnung. Ja, doof gelaufen, ne? Da müssen wir jetzt gucken, dass wir erstmal an Kohle wieder kommen und dafür brauchen wir ein Ressourcendepot, glaube ich, um Naunit war das, was wir verkaufen können, oder? Ja, da ist ein bisschen mehr von da und damit wir auf jeden Fall irgendwelche Gehälter bezahlen können. Sonst haben wir nämlich ein ganz großes Problem, ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir da weiter. Bis gleich. So, mal gleich reingeguckt hier, ob es hier... Leider gibt es hier nichts. Die Schiffswerft haben wir hier. Da sollten wir mal ganz schnell gucken. Traveller... Gibt es hier was? Ne, da gibt es nichts. Hier haben wir noch einen Hammer. Sitzt da vielleicht jemand da? Da sieht es auch nicht so aus. Die Lady. Die sitzen alle drei da und da gibt es nichts Besonderes. Haben wir noch ein anderes Schiff hier hinten irgendwo, wo vielleicht ein Ressourcendepot in der Nähe ist? Meiner... Meiner... Ist da... Da waren wir beim Einsiedler. Meiner 1, Meiner 3, wo sind denn Meiner 3? Auch da. Ne, oder? Der Elch ist da oben. Ist da was? Ja. Lass uns in den Elch schnell springen. Weil der hat ein Ressourcendepot da. Dann können wir da vielleicht schnell hin. Macht er? Könnte sein, aber das Sprungbild ist noch nicht da. Ah, jetzt kommt's. Äh, Ressourcendepot. Das ist da. Jetzt kriegen wir da wieder eine Nachricht. Aber ich mach jetzt erstmal den hier schnell. Ah, das ist von irgendeiner Fraktion so'n Ding. Muss ich da überhaupt angedockt sein? Weiß ich gar nicht. Vielleicht muss ich da gar nicht, oder? An Station verkaufen. Ich glaub 10,7 ist doch vielleicht ein ganz guter Preis, aber weiß ich nicht. Aber wir verkaufen da erstmal 100.000. Du musst mal, ah doch, muss ich angedockt sein. Okay. Dann mal schnell da hin. Leider ist hier der Akku so putz leer, ne? Jetzt lädt er wieder. Müssen wir erst warten, bis der voll ist. Okay, da lädt er wieder auf. So, jetzt müssten wir aber ankommen, oder? Oder unten wird bestimmt ein Dockingport sein, oder? Sieht eigentlich so aus, aber so ist es eine andere Frage. Ist aber keiner. Na ja, dann nehmen wir den da. Traktorstrahl gedrückt halten, damit wir andocken können. Ressourcen handeln, verkaufen. Gut, jetzt haben wir da wenigstens 1,4 Millionen wieder stehen. Jetzt müssten wir nur mal gerade schauen. Und was haben wir denn hier drin, ne? Okay, das ist einiges an Waffen. Ich bräuchte jetzt aber einen, der was abbauen kann, ne? Das müsste dann ein Miner sein, so wie der da. 11 Prozent. Lassen wir mal 5 Stunden da machen, aber sicherer Modus. Sofort die Lieferung starten. So, da hat der schon mal was zu tun. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was der hier machen konnte. Aber das können wir hier nochmal sehen, oder? Okay, na und ne, kriegt der auch noch rein. Dann passt es ja schon mal. Jetzt müssen wir nur gucken. Haben wir noch andere Schiffe, die was abbauen können? Ey, ich kann das nicht. Hammer. Lady, die Lady müsste noch was abbauen können, oder? Oh, Gefahr, Hinterhalt. Hier gibt es keinen Sektor, in dem wir abbauen können, okay. Vielleicht sollten wir diese drei Schiffe mal weiter Euro schicken, ne? Albatross fliegt mal hier hin. Okay, dann müssen wir das wohl so machen. Sprengen, Shift verketten, Shift verketten. Nächster ist der Hammer. Albatross. Die Lady haben wir noch nicht. So, alle drei da hin. Und dann gucken wir weiter. Ja, Thomas Steele hat das halt geschrieben, dass ich wieder mal fürchterliche falsche Dinge tue. Ach, der springt noch da, okay. Na, dann war das auch nicht so das Ziel, was wir haben wollen. Ich dachte, er springt hier zum Kern. Aber er springt ja immer mutig voll da vorbei, ne? Das bringt mir dann auch nicht so wirklich was. Und dann müsste ich ja mal gerade das ändern, ne? Kann ich das nur ändern? Jetzt fliegen die erstmal alle da hin. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Schon einer da, ne? Shift halten, das ist Befehle verketten, aber ich will ja gar nicht Befehle verketten, sondern ich will das abschaffen. Okay, das springt jetzt da hin und dann springen die da hin. So, Shift verketten, Lady. Das ist die Lady, die soll jetzt da einspringen und dann da einspringen. Ja, komm, dann können sie auch gleich weiterspringen. Springen wir da hin und gucken, was da los ist. Hammer. Und dann haben wir noch den Albatross, der kann dann auch hinspringen, ne? So, dann sind sie alle dran. Passt erstmal. So, dann war die Geschichte mit den Missionen. Die Xota und Kommasinnen erlege, lies die Mail des Abenteuers, optional finde einen Außenposten des Widerstandes und bitte um Hilfe. Besiege den Wächter. Optional finde einen Außenposten des Widerstandes und bitte um Hilfe. Das müssten wir dann wohl wahrscheinlich machen. Da haben wir ja schon mal ein paar da, ne? Ja, du kannst zwar deine eigene Schiffe bauen, aber du kannst dir auch einfach ein Schiff von anderen holen. Angriffstrupps. Skinner Upgrade verbessern deine Skinner, sodass sie dir erzählen können, wie gut dein anderes Schiff verteidigt ist und was sich in seinem Frachtraum befindet. Und auch wenn es nicht notwendig ist, um ein anderes Schiff zu ändern, ist es doch sehr praktisch bei der Auswahl eines nächsten Ziels, okay? Ja, Notruf und noch ein Notruf. Ne, das ist jetzt gerade nicht so meins. Das ist auch noch nicht durch, oder was? Ich dachte, das wäre schon fertig. Ich meine, das wäre auch fertig. Naja, da ist das halt nicht so. Okay, ja, der Elch ist das jetzt hier, ne? Dann könnte ich erstmal da einschicken. Aber das kann ich nicht so machen, ne? Wurmloch. Elch schicken nach. Na, das war wieder nix. Da und dann dahin. Dann dahin ist schnell und safe und dann sind wir raus aus dem Schiff. Lass den Elch mal auch in die richtige Richtung erstmal. Das war verkehrt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir in ein anderes Schiff kommen. Und zwar in den Traveler, weil den Traveler wollen wir ja eigentlich gucken, dass wir den, glaube ich, etwas kleiner kriegen. Das hat ja der Thomas Steele auch geschrieben, ne? Weil der viel zu groß ist. Den müsste ich kleiner bauen, damit er durchs Tor passt. Gucken wir uns das doch mal an, ne? Ja. Baumodus. Das ist jetzt die Frage, was da wo kaputt, äh, was zu ändern ist, dass das klappt eigentlich. Hm. Ach, da ist das da dran, deswegen geht das nicht ab, okay. Was haben wir jetzt da dran gebaut? Okay, die Platten müssen weg. Die braucht man ja für den einen, da, ne? So, jetzt müssen wir gucken. Das konnte ich auch abreißen. Die kann ich auch abreißen. Den kann ich auch abreißen. Kann ich auch abreißen. Dann kann ich den auch abreißen. Der könnte auch weg. Jetzt ist das schon mal kleiner in gewisser Weise. Die Platte machen wir auch weg. Das kann alles weg. Jetzt müssen wir den hier nur verschieben. Geht das auch? Blöcke angleichen, formen angleichen, block transformieren, rotieren, skalieren. Leicht zu zerstören, korrekturdüsen, leicht zu zerstören. Ich glaube, dass die korrekturdüsen kann ich dann erstmal weg machen, ne? Das kann auch weg wahrscheinlich. Das müsste auch weg gehen. So, das ist weg. Jetzt müssen wir die korrekturdüsen nur haben. Die wir dann aus Xanion machen können aber auch. Spiegelachse her. Vorne den Haken setzen, dann klappt das auch damit, ne? 1098. Zack, hingebaut. Jetzt haben wir die korrekturdüsen schon mal dran gemacht. Jetzt weiß ich aber noch nicht. Baumenü verlassen. Der ist jetzt schlank und rank. Richtig schön wendig ist er dabei auch noch, ne? Jetzt haben wir hier ein Tor. Natürlich nicht. Können wir mal nach da springen. Sprungroute ist berechnet. Und dann fliegen wir doch da mal rein, ne? Das hat schon mal geklappt dann. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir durch das Tor, was da in dem Sektor vielleicht ist, durchpassen, ne? Gucken wir mal. Ost, Nord, Ost, Westgate. Westgate ist da. Okay, dann kommen wir da mal gerade hin. Und auf geht die Reise. Und schauen, ob wir durchpassen. Oh, Glück gehabt, ey. Das sah auch gerade so aus, als ob ich dagegen knalle. Aber wir haben es geschafft, das Schiff so klein zu bauen wieder, dass es da durchfasst. Es hat natürlich jetzt keinen Schutz, den müssen wir gleich wieder aufbauen. Dann aber nicht so groß vielleicht. Und dann schaffen wir das auch noch, ne? So, jetzt sind wir durch irgendein Tor durch. Ah, da sind wir. Und jetzt können wir mal gerade gucken, was hier so los ist. Okay. Hier geht to Clouds of Happiness Alpha. Okay. Ah, da sind wir gerade durchgekommen. Wo sind wir denn gelandet? Okay, hier gibt es auch noch ein zweites Gate. Und da oben geht es auch noch weiter. Naja, okay. Würde ich jetzt mal aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genau abmacht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer ihr das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.